Ja, also hat's gezählt, wenn du alles noch hast, ne? Ich hab noch alles, alles, wenigstens einmal, jaja. Oh, das wird eklig, die Map, die Pianistin, auf extrem. Oh, das könnte eklig werden. Da brauchen wir, ich kauf Marias. Und Kreuze. Äh, genau. Ich stopp mal auf 10 Kreuze und 10 Marias auf. Das werden wir brauchen, glaub ich. Also, äh... Wir haben jetzt bei 24 Marias und 24 Kreuze aufgehoben. Warum? Später, das heißt, ne? Wall of Maria. Ja, die kickt die doch um. Die kickt die doch mit einem Rund. Sie kann nicht so viel umkicken, wenn da 200 Maria stehen. Doch, die kippt die alle um. Jetzt stech eine wieder auf. Dann guck sie doch. Ich stapel die einfach, bis da so eine... So ein Gerüst entsteht, der auf die wir umkippen kann. So, die Herren alle an Bord. Du kannst hier auch alle Zauben nicht rumwickeln. Gleich soweit. Das wäre krass. Man of Maria. Und der Geist so, alles klar, ciao, ich hab keinen Bock mehr. Und dann ist es ein Dämon und dann zerreißt dich einfach mit den Mariasen. So, ich bin da. Der Lockvogel. Wieso, wieso? Dafür hab ich, äh... Geht's für Männer eigentlich nur zwei Skins. ... und noch Kreuze. Wieso gibt's für Männer eigentlich nur zwei Skins? Einmal den Polizisten und einmal den Random Dude. Weil mehr in dem Grafikpack des Entwicklers nicht drin war. Wo hattet er, ja, woher denn er... Okay, dann, äh, fangen wir natürlich an mit dem Schutzklassiker. Blubb und ich, wir übernehmen den Schutz. Okay. Alter, wie? Auch das, was ich am besten kann, nämlich nichts. Ah. Tu mal was rein schaffen. Ohne Taschenlampe. Spinde. Ohne Taschenlampe. Fuck, heiße ich. Hallo. Bub. Okay, im Vorraum steht schon mal das Erste. Die Erste Safe Zone ist da. Die Taschenlampe wäre echt nice. Ich hol mir die Taschenlampe. Ich hoffe, dieses Kreuz und Maria steht hier drauf, wieso schlecht. Dieses Haus, da, schlechte Erinnerung. Mhm. Zu der Treppe gehe ich mal in diesen einen Raum. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Schon gefunden, das ging aber schnell. Ja. Jetzt habe ich mich aber ziemlich erschrocken. In dem Moment, wo Marco, hu, brüllt, hat Dennis mich ein Stück vorgeschoben. Oh, das tut mir leid. Wurde aufkaufen oder rausrückklicken. Dann müssen wir sofort mit Kamera irgendwie abknipsen. Ich hole mal auf so eine große Kamera, nehme ich mal mit. Ist die da vorne, oder? Vor der Treppe. In einem Raum auf dem Bett. An dem, äh, äh, Kopfseiten. Ist das ihr Zimmer? Also ist das ihr Raum? Null Grad, Null Grad. Ich weiß es nicht. Achso, an der Wand, an der Wand oben. Geht sie gerade. Das, glaub ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Null Grad. Ja, das ist hier Raum. Null. Ja. Wo ist sie? Überm Bett? Ist es ein Kind, oder was ist es? Nein, nein, es ist kein... BMF 3, 4, aber es ist dort hier im Ort. Da oben mal wegen... ...wegen Stimme. Ich sehe sie nicht. iTunes. Wo bist du? Zeige dich. Geh auf mal wieder. Alter. Wo kann man gehen? Fuck you. Scheiße aus. Boah, ich wollte das Licht anmachen und die... ...die Ding ist durchgeknallt. Okay. Ich weiß ja noch nicht mal, was es ist, ne? Ja. Bist du schon mit Okkult-Schnüffler unterwegs? Ja, ja. Im Flur schlägt das Ganze halt auch so. Ich... Ich finde hier nichts. Ich stelle unten... ...ein Sensor hin wegen... ...ein Bad... ...oh, oh, oh, oh. Hab ich ja nichts gesehen. Nichts in den Räumen ist nichts, aber im Flur finde ich halt nichts. Das muss doch unsichtbar so weggeben hier. Mit Sicherheit. Ich komme auch mit der Kamera wegen der Nebenaufgabe. Okay. Wo bist denn du, Marco? 2, 2, 3, äh... ...erstes, obergeschlosses Flur. Hört mich. Hat er das jetzt eigentlich schon erzählt, dass wir ihr... Zwischen den ersten beiden Stühlen, da ist irgendwas. Für ein unergendwas. Okay, Ursprung der Heimsuchung. Ich hab sie noch nicht mal gesehen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Bei den Stühlen. Stühlen 0, hm. Also gesehen habe ich sie auch nicht, aber ich hab halt 0 Grad und EMF 3, 4 bekommen, aber ich weiß nicht genau. So, 0 Grad, im Moment, ich hab sie hier gesehen. Wieso die YP noch da ist. Also eben, ich kann ja. EMF werde ich aber jetzt öfters überprüfen, weil eben war es ja auch 3, 4 und das Spiel so, ja, war 5. Oh, 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 oh. Also hier ist ihr Spot. Ja, hinter dir würde sie normalerweise stehen, auf diesem Bett. Huch, da waren Geräusche. Hat jemand die Kamera? Welcher? Die für unsichtbare Objekte. Die zum Sehen oder die zum Sichtbarmachen? Die zum Sehen. Die zum Sehen habe ich, ja. Deutschland sieht den Supergeist. Hier auf den, bei den Stühlen. Du, müsste irgendwas sein. Was? Nee. Nee. Dahinter vielleicht? Dahinter vielleicht, aber im Raum, da zeigt er nichts von an. Nee, da ist er total tot. Doch, bei dem anderen Stuhl. Hier. Ist es der Stuhl vielleicht? Na, an der Wand vielleicht? Ja, kann auch sein. Ist es der Stuhl? Ja, oder? Ja, ja, doch, doch, doch. Okay. Sie ist hier oben? Ja, ich habe sie gerade gesehen, glaube ich. Was ist es? Ich habe sie nicht gesehen, aber mein Bild wurde schwammig. Ein Feuerkopf. Ja, ja. Was? Feuerkopf? Ich würde sagen, sie hatte rote Haare. Es ist halt eher so eine Art Geist, so mit schwarzen Haaren und auch so lange Haare. Ja, das ist... Spisch mit uns. Ja, dieser Stuhl. Schwarz-Rot, ja. Wollen wir auf den Treppen nach oben noch Safe Spots machen? Ja, bitte. Ich kriege wieder kein Signal. Gluck, machst du Safe Spots nach oben? Ja. Okay, danke. Kannst du mit mir reden? Sprich, sag ich was. Sie ist immer noch am obersten Treppenabsatz unterwegs. Ich komme. Kannst du sprechen? Wo bist du? Sprich mit mir. Wow. Jetzt ist sie auch Fragen. Stimme geben trotzdem noch ein Signalabhängigus. Ich weiß nicht, wo sie ist. Keine Ahnung. Kannst du sprechen? Sag etwas. Rede mit uns. Oh, sie ist aus der Dachboden. Ich fände mir auch nicht, ey. Wisst ihr, wo sie ist? Ne. Kann sie jetzt gerade nicht sehen. Aber dieses Knallen hörte sich so an, als wenn die wieder von der Truckerrand wäre. Ich weiß nicht, wo ich hatte gerade Herz pochen, als ich zurückgelaufen bin, um neu ins Toff zu wohnen. Wo bist du? Ähm. Bist du allein? Ist sie da was? Sprich mit uns. Ich glaube, sie ist, ähm. Ja. Wo bist du? Wenn reinkommst, rechts. Ah. Sprich mit uns. Ist nichts. EMF 3 hab ich. Ne, sprechen tut sie nicht. Okay. Hier oben ist überhaupt nichts, da finde ich überhaupt keinen Abschluss. Ja, es steht hier rechts. Sexy Lady. Indy? Nein. Aus. Das hört mich jetzt ein bisschen... Aber was ist das? Ein Poltergeist? Komisch aus. Ist das ein Poltergeist? Keine Ahnung. Ich kann es nicht identifizieren. Kann mir jemand was draufwerfen oder so? Wow. Vielleicht haben wir heute schon mal eine Sache. Wir könnten irgendwelche Gegenstände verschieben, das müsst ihr Akro machen. Etage 1 ist Safe-Spot und unten halt auch. Oh, sie hat mich. Ich bin, glaube ich, tot. Oder? Ah, ich bin tot. Ja, das ist umgekickt, das Zeug. Und der... Sie steht in der Türe. Vorsicht. Umgekickt hat sie nichts. Ich glaube, es ist das Kreuz. Das ist kaputt. Das Kreuz kaputt. Ja, das Kreuz ist kaputt. Null Grad. Poltergeist und Dämon. Wir kommen nicht raus. Sie steht da. Scheiße, ich bin gerade die Treppe runtergerannt. Wer ist gerade draußen? Ich. Ich räume hier das Zeug by Sight. Vielleicht provisurisch mal ein Stück Salz oder Weifaster draufwerfen. Ja, kann ich gucken. Also, wir kommen nicht raus. Also, ich entschuldige. Also, EMF 3-4 definitiv. Das habe ich auch gerade noch mal überprüft, als er mich getötet hat. Ich kann nichts machen gerade. Ich hatte jetzt definitiv auch null Grad. Huch. Also, ich kann was machen. Habt ihr denn Salz hier oder so? Ja, ich komme nicht raus. Ja, sie steht noch hier an der Decke quasi. Ja, null Grad. Also, es wird nicht erro, es geht nur auf null Grad. Oh, mutig. Sie hängt an der Decke, sie ist hier an der Wand quasi, steht sie gerade. Ja, ist... Wo? Ach, da. An der Tür rechts an der Wand, wenn du reinkommst, links an der Wand. Bezweifeln wir das. Gib mir mal das. Du kannst mir das Salz so geben, ich kann das direkt ran... Oh, hat geklappt. Ja, Salz. Ohoho. Äh. Sie werde ich jetzt angegangen, ne? War das jetzt Salz oder? Ja, Salz hat auch definitiv funktioniert. War aber ein Glückstreffer. Hat auch funktioniert. Ich guck mal, wo sie ist. Na gut. Leucherstab Neutrinopus. Habt ihr denn jetzt ihren Geist ausgewählt? Ich hab Poltergeist. Ich hab auch so Poltergeist und Dämon immer so am Switchen. Ist der Stuhl, der hier liegt, ist das eigentlich... Nee, hat der auf der Treppe hin rein? Oder rein zum Bus? Dann schmeiß ich den mal raus hier. Ich räume jetzt aus. Oh, wir hatten mich weggeschleppt. In der Sitzgruppe war halt echt noch irgendwas, was... Na ja, Signal gegeben hat. Oh, jetzt hab ich gerade auch ein Mist. Die Räucherstäbchen mit Rechtsklick oder womit aktiviert man die? Mit Rechtsklick, ja. Ja, ich war nämlich vorhin ein bisschen irritiert. Hab alle möglichen Tasten. Warst du das? Keine Ahnung. War ich das Stäbchen? Nein. Oh, die ist hier von mir. Haben wir noch irgendwas eigentlich jetzt, was ich eintragen muss? Also ich hab nur Stufe 3, 4 und Temperatur 0. Ja. Haben wir gekritzt, oder? Oh, die du diesen Ausheim suchst im Namen des Herrn. Ja, ist nicht viel los. Jetzt macht's das auch. Dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Marco tot in 3. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge deine Körper und nicht zu Staub werben. So sei der Wille des Herrn. Maria. Und ich lebe noch. Ja, und es hat funktioniert. Dann fährt nur noch die Neutrino-Pistole, oder? Dann könnte es aber Richtung Dämon gehen, ne? Weil ich glaube, das Buch brauchst du nicht beim Poltergeist. Aber er lacht doch nicht. Also das Buch ist bei Dämon, das ist nicht beim Poltergeist. Aber was hast du da noch eingetan? Also wenn ich jetzt auf Dämon wechsle, hab ich kein Buch. Ich hab nur eben F3, 4 und Temperatur 0. Ja, lol. Ja, Moment, aber... Okay, dann ist es vielleicht doch nicht ein Neutrino-Pistole. Haben wir denn schon so einen Wert hier oder so? Aber das Wert-Ding scheint gar nicht zu funktionieren. Nee, gar nicht. Das Wert-Ding funktioniert nicht, okay. Kann ich noch irgendwas tun? Komm, dann werde ich mal... Tiger-Auge... Tiger-Auge habe ich jetzt eins hier in den Durchgang geschmissen. Ja, ich hab's gerade. Ich gucke, dass ich die finde und ihr das Ding an den Kopf werfe als Rache. Wo ist sie? Ich hab sie gehört. Sie knatscht hier irgendwo rum. Irgendwo ist sie. Lass mich, ich bin das fliegende Tiger-Auge. Bestellen Sie noch heute Ihr Tiger-Auge auf fliegendes-tiger-auge.com Weiß jemand, wo sie ist? Hat sie jemand gesehen? Nope. Meine Ahnung, ich schmeiß das... Ich werf das Horst, das ist mit Tiger-Auge voll. Wow, fliegender Stuhl. Ja, die hab ich gerade in der Hand. Ansonsten noch Weihwasser und das ist doch ein Poltergeist dieser Pistole. Der Stuhl macht gerade... Kann natürlich auch sein, ne? Kann auch sein, ja. Signal. Möglich ist es. Oh, vielleicht hier... Der Arschleck, Alter, von wegen Stuhl. Wie war ich die Kamera? Der andere Stuhl, alles klar. Wo ist sie? Ich will auch was machen. Ich will ein benützlicher Geist sein. Ich will ein benützlicher Geist sein. Ich guck mal, ob ich sie irgendwo sehe. Bist du eigentlich schon drin? Ja, ja, also ich... Meine Leiche liegt im LKW. Irgendjemand hat mich reingekriegt. Ja, das war ich. Ah, sie ist gerade auf dem Dachboden gewesen. Mittendrauf. Ich guck mal, ob ich sie mit dem Tiger-Auge erwische. Ja. Äh, nein, Tiger-Auge klappt bei ihr nicht. Sie steht am Klavier. Tiger-Auge wirkt bei ihr nicht. Das Klavier hat mich ausgeschlagen. Alter, das sieht übel aus. Nee, also Tiger-Auge ist es definitiv nicht. Sie ist direkt am Klavier, steht sie die ganze Zeit. Okay, den Stuhl hab ich dem hoch genommen. In die ist der große Stich. Ja. Hat wer die Knarre? Ich hab grad Walwasser. Ich auch. Ich hab. Aber die ist wieder so am Flacker. Ah, sie jagt dich. Sie jagt dich. Du bist tot. Na trinke, äh, ne, na trinke Pistole oder was. Du machst das gut. Zick-zack laufen ist gut. Lauf, Indy. Lass sie in Ruhe. Sie hat gehört. Sie ist oben geblieben. Indy, du hast, sie rennt dir jetzt nachher. Vorsicht, du musst dich schneller bewegen. Sie ist, glaub ich, doch in der Dichtung. Ich kann nicht mehr schneller. Aber Blub steht mit, äh, Walwasser zwischen uns. Alles gut. Ich hab sie, ich hab gesagt, sie ist noch weggehen und sie ist, sie ist auf dem Dachboden geblieben. Ich glaube, sie ist noch oben. Also, das Zick-Zack-Rennen war eigentlich eher ein Resultat, dass du nicht mehr wusste, wo ich hingerannt habe. Aber das hat funktioniert, das war planmäßig so. Hattest du sie, äh, abgeworfen? Ich hab was gehört wegen Walwasser. Ja, er hat's versucht, aber nicht getroffen. Okay. War durchgegangen. Dann brauchen wir jetzt die schweren Geschütze. Marco, ich glaub, das ist dein Job. Ich hab das, äh, ich hab die Artillerie dabei. Ich guck mal, ob ich sie finde. Was sagst du? Die Artillerie, hab ich gesagt. Oh, gut, die fetten Knarren. Jetzt kommen die fetten Knarren. Ja, ist klar. Alles davon wird's sein. Wo ist sie jetzt auch? Ich gucke. Ah, sie ist auf dem Dachboden. Sie krabbelt hier rum. Dachboden ist sie. Er scheint immer nur. Ja, sie ist noch hier oben. Geschissenes Licht. Sieh, direkt wenn du hochkommst, wo das Tiger, ich leg das Tigerauge. Dort, wo sie ist. Nein. Direkt da, wo das Tigerauge liegt, ist sie. Ja, ja, du hast sie, sie ist weg. Sie ist weg. Ach, schön. Gut, sehr geil. Das war das Letzte. Perfekt. Ihr habt es geschafft. Dann ist es vielleicht doch ein Poltergeist? Indy? Ja. Lebst du noch? Ja, ich bin am Truck. Okay, gut. Ich könnte mir denken, wir haben nur was vergessen. Was habt ihr denn jetzt alles im Buch stehen? Ich glaube nicht genug. Ich bemerke, es wird wenig. Also ich habe jetzt EMF und Temperatur. Ich habe EMF, Temperatur und Poltergeist, aber dann fehlt halt das Buhre. Temperatur und Dämon. Wir können ja nochmal durchs Haus gehen und gucken, ob irgendwas an der Wende gekritzelt ist jetzt. Mal, ich gucke mal. Ja. Ich meine, das könnte ja sein jetzt. Das können wir noch sehen. Habt ihr denn die Neutronenpistole eingesetzt? Hab ich sie gerade? Ja, aber das ist jetzt Game Over gegangen. Okay. Ich gucke mal, ob ich was an der Wand gekritzelt finde. Sind das dann nur bestimmte Wände, wo die halt rankritzeln können, dass man jetzt nur bestimmte Wände abgucken muss im Endeffekt? Oder das ist halt noch so. I don't know. Ähm, aber das Exorcismusbuch hat doch nicht funktioniert, oder? Habt ihr das auch gemacht? Ich hab nichts gemacht. Äh, das Exorcismusbuch, ich glaube, das hab ich mal eingesetzt. Hat das geklappt? Äh, hm. Sorry, ja. Haben wir nicht so, erst auf Demo? Dann wär das, ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ja. Und dann fehlt halt was wegen der Pistole, weil das wäre dann Polterreist. Ja. Ich guck grad mal nach Zeichnung am Ort vielleicht. Aber ich seh auf der zweiten Etage grad nichts. Dass er irgendwann die Wand gekritzelt hat oder so vielleicht. Nee. Und ganz oben würden wir's nicht sehen, glaub ich, oder? Also auf dem Dachboden. Mit der Taschenlampe? Ich guck mal ganz oben. Dachboden ist... Ich weiß nicht, ob man da irgendwo rankritzeln kann am Dachboden. Da ist ja alles. Naja, da sind noch die beiden Räume. Das sind aber auch dunkle Wände. Nee, ich glaub's, nee, oder? Ich weiß nicht, ich kann's hier entschätzen. So, und auch ein Brot, der ist ein Geschoss schon geguckt. Ja, ja. Also ich hab jetzt überall rum, ich bin grad auf dem Dachboden. Aber ich seh nichts an dem... Wirklich groß. Ich glaub, wir haben kein Kritzel, da haben wir's verpasst. Vielleicht im Buch? Lag unten irgendwo ein Buch? Aber sie war die ganze Zeit oben. Also sie war die ganze Zeit viel oben. Sie war nicht hier, wo das Buch lag, leider. Ja, ich glaub, das werden wir nicht rauskriegen, Freunde. Das soll ein Mysterium bleiben. Meine Taschenlampe. Ich leuchte mir jetzt den Weg. Oh, nein. Meine Taschenlampe. Krieg ich? Ja. Dann fahrst du. Okay, dann nimm wir das ganze... Die ganzen Stühle an mit. Ach du Scheiße. Das ist jetzt, wenn du mehr Stühle in den Truck reinstellst, kannst du auch mehr Multiplayer mitnehmen. Ah, okay. Seid ihr alle drin im LKW? Nee, ich noch nicht. Ach Gott. Alles von der Stühle im LKW. Was habt ihr jetzt eingestellt? Poltergeist? Ich hab Dämon drin. Dämon. Ecke, Poltergeist. Was haben wir denn jetzt? EMF, Stufe 3, 4, Temperatur 0 und Dämon. Denke ich. Also ich denke Dämon. Nur der Knöse. Sonst nichts. Nö. Also ich hab nichts gefunden. Ja, gut. Ist das so. Okay, dann. Schau, wo es das mal anbaut. Oh, Entschuldigung. Ich hab mir ne Leiche mit Stühlen zugeklastert. Nein, ich hab dir ne Leiche mit Stühlen zugeklastert. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. So, und es war ein Poltergeist. Ach, nein. 125 Mäuse. 334. Alter, da kriegt man so viel Kohle. 344. Ey, holy moly. Ja, ich krieg nicht so viel. Steht das mit Poltergeist. Achso. Ah, ja, ja, ja. Okay, dann. Verloren hab ich jetzt nichts, nee. Ich auf 30 Marias. Nein, warum denn? Sparst du, du wirst doch sparen. Ja, was denn? Kommt ja nix dazu. Du hast doch vor uns, wenn neue Gegenstände dazukommen. Ah. Ich spar. So. Ich bin im Van. Jupp. Was hast du diesmal eingestellt? Das Anfangshaus, aber wieder auf extrem, aber kurz. Äh, okay. Also, wir werden uns gegenseitig blockieren an der Haustür. Ich werde wahrscheinlich sterben. Wir werden alle sterben. Ja, nein. Der letzte. Der letzte Fliet. Wolfi fragt, wie es euch geht. Prima, danke. Boah, geht's so. Ja, den Umständen entsprechen, aber danke. So, eine Taschenlampe hätte ich auch gerne, bitte. Danke. Äh, das war meine. Warte. Nee, alles, bitte um noch eine. Ah. Nee, äh. Schritt. Ja, gut. Dann mach's hier erstmal. Dann mach ich das. Alter, ein Geräusel. Ah, das ist ja so voll. Jetzt hat er schon eine Taschenlampe. Aber... Ich will nur die Magie auszuholen. Äh, wiederholen! Drücken! Macht, Irwin. Was? Ich weiß es nicht. Äh... Hä, wieso hab ich Schätze? Hä? Warte, warte. Du hast zweitaschen Lampen. Nee, okay. Hä? Nee, hast du zwei starre Taschenlampe. Eine links, eine rechts. Hä? Ja, da war ich damals echt gierig. Bäm! Hä? Habe ich immer noch zwei Taschenlampe? Na, nur gib mir die. Nee, jetzt geht's wieder. Jetzt haut's hin. Gib die. Bitte, bitte, bitte. Ja, super, ja, geil. So, hallo! Wir sind da! Du gleich nicht mehr. Ja, jetzt noch mal. Was ist denn das, bitteschön? Es geht bloß ein Gegenstand tragen, die da neben der Taschenlampe. Das hatte ich auch gerade. Ja, geil. Ich hab' nichts mehr. Das ist doch ein Schatten, oder? Sie ist, glaub ich, da. Ja. Irgendwann schon? Oh! Was? Zum? Ey, ganz ernst. Was war das? Oh! Ich bin, glaub ich, toll. Die ist immer noch am Eingang. Ja, sie ist in mir. Geh' mir doch! Du musst den Scheiß-Gegenstand tragen können. Oh, 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 oh. Alter, die haben mich eigentlich schrieen. Können wir auf mich rauszuschieben, bitte? Ich schiebe. Zurück. Alter. Gmf3-4. Also, wenn das... Das war so, das war so, das ist eine geisthafte Stimme am Ort. Kannst du mir nicht erzählen, dass das keine waren. Warum Rektor hat meine, meine frische Stimme, Alter? Mit der Fahrtruhe krieg ich gar nix, aber hier, mal fahr' ich 3, 4. Alter. Können wir mal ein bisschen, äh, ein Stückchen ran formieren? Ein Zentimeter, vielleicht, das wär echt Sende. Ich geh' ja hier runter. Wo ist das denn? Bede. Sätze, Rektor, was für an? Oh, okay. Hab ich schon ein Foto gekriegt? Jo, wir haben ein Foto vom Geist. Nicht weggehen, nicht weggehen. Ja, wunderbar. 9P350. 9P350. 9P350? Haben wir. 9P350. 9P350, EMF3, 4, 4, und das ist ein Schnau... Schnauze draußen! Schatten war, Kreuz. Oh, hier, 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 Kreuz! Oh, Kreuz anfangsiert, Kreuz, er ist weg, er ist echt. Ach, schade. Ich hab' das Kreuz angewogen, er ist weggelegt. Temperatur hattest du auch schon? Garlex, der, äh, ich steh' direkt neben dir, ne? Ja? Was? Wo steht er denn? Oh, Leute. Ich stand denn da, voll Tür. Ich hab' nur mit dem Kreuz angeschmissen. Da ist er weggegangen. Steht auf der Tür. Ich seh' gerade auch nicht. Oh, nein, ähm, direkt vor mir. Ich krieg' keine Temperatur, gar nix. Ich seh' ihn nicht. Ich auch nicht. Er ist grad' ins Haus rein. So. Äh. Wo ist das Kreuz geflogen? Da hinten liegt das Kreuz, er hat das bisschen hintergekickt. Er ist hier hinten irgendwo. Ach so, sein Raum ist übrigens direkt hier links. Nein, ist es nicht. Ich hab' doch gerade Ops gesehen. Ja, aber das Foto sagt es nicht, also es könnte oben drüber sein. Ich bleib' mal hier im Wagen. Ich kann eh bloß die Taschenlampe nehmen. Sind wir da. Was hast du gesagt, Marco? Was ist denn los? Ich hab' gesagt, ich kann bloß die Taschenlampe nehmen, nichts mehr, das ist sinnlos. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Ich bin wieder tot. Schmeiß' mal alle Gegenstände weg. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Das Kreuz war wieder weg und ich bin tot. Alle Kreuze oder sie draußen sind weg. Ich war aber in der Schatten. Alter, ist der übel. Ich glaube, ich hab' noch seinen Raum fotografiert. Seinen Raum hab' ich noch fotografieren können, das ist der hinten durch. Oh, da ist er. Ähm, Indie hör' ich grad' gar nicht mehr. Ich höre ihn noch bloß ab. Nee, höre ich auch nicht mehr. Man hört dich nur Roboterhand, Indie. Mach' mal, mach' mal ein Reconnect vielleicht bei TS. Das hilft vielleicht, weiß nicht. Ach, scheiße. Wieso bin ich immer die, die als Erste stirbt? Ja, das Kreuz hier ist auch verbraucht. Der zieht richtig. Er ist unter dem Lkw. Nee, das war meine Taschen irgendwo unter dem Lkw. Kriege ich meine Taschen irgendwo unter dem Lkw? Die kriege ich nicht. Also, er ist nicht mehr hier, glaub' ich. Ja, keine Ahnung, was war. War nur TS. Er hat das Kreuz so wieder weggekickt, darum war ich dann tot. Wenn ich mit dem Thermometer hier Error angezeigt bekommen hab'. Schreib' was in das Buch. Dann hab' ich dann doch die Chance auf irgendwas anderes. Also, auf sowas. Das ist diese Nebenaufgabe. Ja. Hey, er steht in seinem Raum. Schreib' ins Buch. Hier, guck' mal. Ich hab' ein Buch. Schreib' da rein. Komm. Ich glaub', ich krieg' jetzt immer nur Error angezeigt. Das ist immer nur ein wabbelnder Schatten. Der steht direkt hier. Meine scheiß rechte Hand dragt dort die ganze Zeit. Ich kann nichts weiter aufnehmen als diese Taschenlampe. Salz. Ich nehm' mal Salz mit. Er ist mir halt hier gewesen. Hallo. Wo ist er jetzt hin? Er ist hier direkt bei mir. Wo? Wo hast du die Taschenlampe denn in der linken Hand jetzt? Mhm. Wo ist er denn? Wenn du die mal in die Rechte zurück wechselst? Ja, dann krieg' ich trotzdem nichts aufnehmen. Nichts weiter. Schmeiß' mal alles hin. Ich hatte das auch mal. Auf die Taschenlampe. Ich weiß aber nicht mehr. Was hab' ich denn da gemacht? Ich hab... Ich weiß nicht, ob ich alles hab' fallen lassen. Ja, ich hab' auch alles fallen lassen vor uns. Dann ging's. Ich werd' mal mit dem Oktometer rumgehen. Kann das jemand... Also, ich kann das troppen. Der Lüchte, Hans. Wo denn? Ja, das hätt' ich gerade noch in der Hand genommen. Ich kann's mal... Du kannst es auch sonst... Ist das an? Das müsste es sein. Nö, ich hab's noch nicht angemacht. Kann das jemand anmachen, das Oktometer, und dann hinschmeißen? Dann kann ich damit rumgehen und kann nach Zeug gucken. Hier. Bitteschön. Dankeschön. Ich hoffe, das geht jetzt. Aber müsst' eigentlich gehen, wenn's clicklet, dann... Jetzt... Jetzt hört's hin. Wo hab' ich denn... Rächt mich. Tötet den Geist. Schreib in das Buch. Oh, du lehnst... Oh, du... Nein, dein Arm ist durch die Tür ge... Doch. Oh, komm mal mit. Oh, ja. Hier ist was. Oh, ja. Wo ist das? Bitte. Ich will nicht sterben. Ich war so jung. Einfach draufhalten. Hm. Wie ist mir Rückendeckung, sagst du? Wohl gerade Kreuze. Ich bin gerade nach oben und ich kann gerade das Blech runter. Ich hab' was gefunden. Da war's. Was hast du gefunden? Etwas Okkultes, einen Messerblock. Mit Messern drin. Oh, sehr gut. Ich find' das cooleste als Geiste, wenn du so was machen kannst. Ja. Du musst. Oh. Oh, ja. Oh, mein Gott. So viel Stimme. Pup. Uh, uh. We! Oh! Boah, du willst immer mit deiner Sprachenflinche. Pup. Wissen wir denn jetzt schon, wo ihr Raum ist? Nö. Was ist das? Alter, doch, doch. Der Raum ist hinten durch. Da wo diese Gitter sind, also wo diese Holzgitter sind. Ah, okay. War ich der Elementor schon? In der Küche könnte ein unsichtbarer Gegenstand sein. Okay, ich habe aber nichts dabei, was... Hier auf dem Tisch könnte einer stehen. Nee, die Stühle sind es nicht. Er kommt. Ja, irgendwas steht auf dem Tisch, glaube ich. Hier auf dem Tisch steht irgendwas. Wer hat denn hier die Blitzlichtkamera? Ich. Kannst du mal hier auf dem Tisch blitzen? Irgendwie, ich... Ja, hier. Wo das Ding drauf liegt, hier, hier, hier. Ich weiß nicht, wo auf dem Tisch, aber irgendwo auf dem Tisch müsste was sein. Ich hab was, das ist ne Hase. Hast du's schon... Siehst du's? Ich hab's schon. Ich bin schon mal weg, Harry. Oh, perfekt. Oh, der jagt, der jagt, der jagt, der jagt. Und dort fand er nicht so geil, dass ich den Hase geklaut habe. Vielleicht ist es... Vielleicht hängt er einem Gegenstand. Dann ist der Hase vielleicht sein Gegenstand. Ist da ein Messerblock? Ja, hab ich gefunden. Ist so cool. Ich weiß nicht, warum er an einem Messerblock... Hat jemand schon Salz versucht? Nee. Ich bin grad dabei. Also Salz und Sofortbild müsste es sein, eigentlich. Ich habe noch keinen. Ich geh mal die Etage höher. Hier oben... Ah, ne, hier oben liegen Kreuze. Ne, hier oben liegen. Vielleicht Tigerauge versuchen? Als Geist wieder? Ich bin... Ich kann der Tigerauge als Geist mal tryen. Ich guck grad noch rum wegen... Immer eins, äh, zu Haustür. So. Ich versuch mal wegen... Ich versuch mal wegen... Ich versuch mal wegen... Sofortbild. Ist hier drin, bitte schön. Nur verpufft. Äh, nur verpufft, nicht bunt verpufft. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dann, ähm... Sind keine Stimme... Dann sind's keine Stimme am Ort wieder, wahrscheinlich. Das ist so... Aber ich hab... Ne, ne, ne. Ich hab ähm... Und, ähm... Die Geisteranalyse nur drin. Und ich hab auch... Oh, ihr habt mich mal extra weggezogen. Wo ist denn der Hase, Blub? Ist das vielleicht wieder wie eben... Ein verpacktes EMF5, was nicht angezeigt wird? Blub, wo hast du denn den Hase hingepackt? Äh... Hier drin. Okay, ich seh den nicht. Der ist im Schrank. Okay, seh ich nicht. Fand ich das Geist irgendwie komisch. Dann ist vielleicht doch EMF5 und wir... Und wir müssen mit einer Leutrino abschießen. Habt ihr denn den EMF jetzt? Äh... Ja, das ist wahrscheinlich wieder verpackt. Also wir hatten EMF3 oder 4. Aber es ist kein Salz. Also stimmt das wahrscheinlich wieder nicht. Habt ihr... Ich könnte so mit Salz noch probieren, wenn ich weiß, wo er ist. Er war grad oben. Marco hat ihn abgeschossen, hab ich... Hat nix über. Ich nehm mal in Salz mit. Ich guck mal. Ich guck mal. Vielleicht eher Tigerauge dann versuchen? Weil Salz ist es ja dann nicht. Wo bist du mein Kumpel? Wo wirst du? Komm. Versuch mal so... Sofortbild. Das ist wahrscheinlich wie diese Neutrino knall oder so. Ich glaube er ist unten in der... Unten in seinem Raum glaube ich. Was ist denn dein Raum eigentlich? Das ist der hier hinten wo diese... Holzstäbe sind. Jaja. Das ist er. Okay. Das ist dein Raum. Oben oder was? Ne, unten. Du weißt nicht was du mit den Holzstäben meinst. Hier hinten durch. Da sind so... Da ist so ein Vogelkäfig. Da sind rechts. Da ist die Wand nicht fertig. Da sind so Holzstäbe. Da ist der. Ah ja, ja, ja. Ich seh jetzt auch seine... Ist der zufällig ein Pentagramm wieder oder? Kann natürlich sein. Oh da ist er. Ne. Wo ist er denn? Seht ihr den? Wo ist denn der? Ist er unten? Ich hatte Puls. Als ich im Raum drin war hatte ich Puls. Da ist er. Hi. Kollege. Nein. Das wird glaube ich nicht. Hat funktioniert. Sehr gut. Was immer das war. Bei was auch? Pentagramm sehe ich aber nicht. Das kann auch Stückel daneben sein irgendwo. Das muss nicht an seinem Ort glaube ich sein. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich guck mal an Gegenständen. Ich hab jetzt hier alles abgescannt. Unsichtbaren Gegenständen haben wir aber auch schon gefunden. Das ist schon mal gut. So viel zu meinen, dass ich mir vorgenommen habe nicht so oft zu sterben in dem Spiel. Ah. Witzig. Es ist Kreuz. Okay. Es ist Kreuz. Das reicht. Dann Neutrinopistole. Vielleicht. Hör ihn. Achtung. Er ist glaube ich hier oben rechts. Im Kinderzimmer oder so. Du. Die du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn. Ja. Er ist im Kinderzimmer. Er steht da. Dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Das waren alle Gegenstände. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Ja. Das war's. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Wtf. 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 Er ist pissig. Er kommt zu euch. Er rennt hin und her. Marco, lauf. Lauf, Marco. Zickzack. Hi, hi, ha. Er ist hier draußen. Alter. Er war richtig pissig. Er hängt hier draußen. Ja, du hast ihn richtig sauer gemacht. Alter. Er sieht auch sehr creepy aus. Hm. Hier, ein Kreuzjunge. Hängt der da? Ne, der steht hier. Hier, ich, 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 ich jag ihn gerade weg. Nein, du hast ihn. Jetzt stinkst. Ich jag ihn gerade weg. Er hängt hier. Ja, ich wollte eigentlich gerade ruhig Stäbchen machen. Er hängt immer noch hier. Ich halte ihn gerade fest. Ach, da, da war er. Scheiße. Ich hab ihn gerade festgehalten. Mhm. Das Kreuz hat ihn richtig weggetrieben gerade. Das war richtig cool. Oh, der ist, äh, ein bisschen böse. Ich hab drei, vier. Ähm, eventuell kurz fünf. Wo ist hier? Bitte? Ja, es, es wird fünf sein, glaube ich. Es ist gleich fünf. Also, als ist es so. Ja, fünf. Fünf. Er ist hier rechts neben euch bei der Schaukelstelle gerade. Oh, oh, oh. Ja. Okay. Aber das war nicht, nicht fertig. Also nicht. Es hat schon mal geholfen, dass er weggeht. Also, ist es eben F5, denkt er? Ja. Nee, ich hab's definitiv auf F5 gehabt. Ah, definitiv. Okay. Muss man da eigentlich noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich nehm mal diese Räucher-Säbchen, Dino. Ich hab jetzt aber trotzdem nur Neutri... Neutri... Neutron-Pistole und so... Habt ihr die Neutron-Pistole schon benutzt? Ja, gib mir mal ein Tiger-Auge. Ich nehm den Tiger-Auge. Aber das müsste es dann noch sein. Salz. Ich leg mal vorn werden Tiger-Auge. Ja, ich, ich steh' daneben. Okay. Ich nehm mal die Gauke. 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 Ich nehm die Gauke. Ich probier' einfach mal Räucherstäbchen in seinem Raum. Also, irgendwie wie ein Indianer-Turans. Die Gauke. Die Gauke. Die Gauke. Die Gauke. Jetzt kommt das Wort hier. was war das wo war das ja ist weg er ist weg er ist neu trino wars ihr habt die strahlen gekreuzt man weiß dass man nicht die strahlen kreuzen darf wer von euch zwei hat denn seinen strahl mit mir gekreuzt das war marco das war war marco ich bin jetzt noch war also ich habe immer 59 p 350 schatten aber was war denn dann doch dass das andere temperatur vielleicht haben wir temperatur überhaupt getestet temperatur war error ok also kein null oder negativ ich habe immer nur er auch bekommen mit dem gelben thermometer ich schaue noch mal die wände ab habe ich jetzt nichts gesehen wenn ich ehrlich bin ich guck mal um ich habe ehemalige ich bin gerade auch also ja meine leiche ist im lkw ja ja und mich da reingezogen hat vielen lieben dankeschön hat funktioniert ich doch kein buch hier eigentlich dachte ich hab unten an der türen buch liegen gehabt da steht aber nichts dran ich habe ein buch in seinen raum reingelegt aber da auch nichts gemacht also wenn er einmal der wand oder so vielleicht ich guck mal oben rum ob irgendwo eine wand was steht weil ich glaube nicht ich habe glaube ich nichts gesehen ich würde ja denken wenn dann in seinem raum vielleicht ich glaube das kann überall halt sein also am besten für am besten besiegt man den ganzen jemand einfach wenn du mal so ausprobiert ich könnte mir vorstellen dass das irgendwo noch dazu kommt dass du eine reihenfolge einhalten musst auf einen gewissen schwierigkeitsgrad also ich habe keine ich habe auch nicht auf dem boden oder so das ist es nicht dann vielleicht temperatur irgendwo maximal also bevor ich was falsches eintragen dafür was abgezogen bekomme treib ich gar nichts also bleiben wir jetzt aber bei schatten schatten passt und der rest neutronenpistole sofort bildkamera so habt ihr alles eingetragen drei was das war das geist sagte stimme am ort haben wir auch weil das war ja definitiv oder was ja dann wäre es das buch aber das hat das funktioniert ordentlich ja da war richtig da war mega akku nach dem buch also nach dem buch aber anderes akku gekriegt der ist die treppe gesprungen und hat marco gejagt na gut dann fahre ich mal los aber also ich glaube es hat guck gemacht die kritze war nicht so ich glaube nicht nicht ich bin bitte hier und 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 ja schatten ja ja wir haben alles richtig geisthafte stimme am und waren es auch ja haut alles hin perfekt 168 muss doch 376 alter wieso sterb ich immer ich möchte es anprangern wieso sterb ich immer warum